servus und willkommen zu einer neuen folge von geht in your eyes mit mir dabei ist und da rohr schnitzel so ich bin gerade dabei noch ein paar kleinigkeiten zu machen ich glaube ich brauchte von vier stück werde ich gleich auch zeigen denn ich habe nämlich die pumpe unten hingestellt also dass das rig ding da das dann auch der rohrschneider gleich sein öl bekommt ja hast du wo es aber wo mache ich jetzt hier kleine zornräder dem fluss voll den soll die feier warte ich komme du musst mit ja ich komme ich zeige ich komme ich zeige warte warte weil du schmackst du sonst falsch warum mache ich denn falsch ich habe weiß dass du dann in die falsche maschine schützt luid extractor ich muss das nur ein range nur auf die richtige seite in output machen oder nicht richtig dann muss halt sorgen flüssigkeiten raus sorgen hau mal stahl rein macht immer flüssig machen wir da mal was ich bin noch nicht so blöd wie ich aus jemand freuen da ich nicht weiß wie du aussiehst kann ich nicht blöd nicht blöd ist vielleicht kein george clooney aber blöd auch nicht blöd ach so bin ich hier doch richtig auch nämlich ich brauche nämlich elektrische pistons drei stück warum wir stil rots da kommt das war der falsche mir fehlt noch mehr stahl rots stahl rots immer auch der falsche verdammt jetzt ein extruder ne richtig habe ich das noch richtig im kopf ja mit dem nächsten update ist wo es dann ja dann kommt wird es auch für ein extruder small gears geben also kannst du dann auch da herstellen habe ich trotzdem die falschen ecken gemacht ich hoffe du findest das da unten auch so hübsch ja du machst das schon hübsch ansonsten reicht es einfach ab so das treppenhaus jeder ja auch wie gesagt ich werde gleich irgendwas erklären was ich gemacht habe in der zeit rohr schneider da hinten rum gebastelt hat es wird jetzt immer so bei mir die ersten fünf minuten sein außer rohr schneider klärts natürlich in seiner folge so also ich habe jetzt hier einmal hässliches zeug aufgestellt das heißt der rohr schneider darf dann gleich hierhin kommen und das zinnweier herstellen den strom anschließen was mach doch sohanna ich brauche Weiermüll Weiermüll ist glaube ich sogar neben haben wir irgendwo noch fässer mit ingots mit ingots was suchst du denn zinn zum beispiel zinn ist glaube ich in einem zinn müsste in einem fass drin sein oder in einem drawer zinn da ist zinn drin so ich bin doch gerade beim überlegen schade wenig scheiße aus ich muss das noch mal abreißen tut mir leid Weiermüll funktioniert wir funktionieren eigentlich alle ich habe gerade nen nen Creeper nen Creeper Slime Block gehabt ja Weiermüll Weiermüll so ja was ich noch ein wenig erzählen kann in der zeit wo ich hier alles schön schön abreiß ist wir haben uns also ich habe mir überlegt wir spielen ja GT New Horizon also es wird auf jeden fall noch sehr lange dauern bis wir mit G einigermaßen so weit sind dass wir sagen können wir können es beenden und ich möchte es so weit wie es möglich geht spielen was hier ja ja hier geht es immer kräftig weiter es ist vielleicht ab und zu mal eine Pause wenn wir mal keine Zeit haben zum aufnehmen aber ansonsten würde ich immer mache ich immer weiter genau so definitiv und wir wollten ja eigentlich ja das Glacial Epoch sozusagen als Anschluss daran ranschieben habe ich aber auch so gedacht weißt schon so ab Weihnachten ja so so Adventskalender wird es dann so losgehen ja mittlerweile habe ich aber festgestellt oder was heißt festgestellt auch mit Rücksprache von Dream er hat noch ziemlich viel vor und unser Pack wird auch ziemlich umfangreich das werden wir nicht schaffen so die zweite Frage was mir dann eingefallen ist es ist also Weihnachten das heißt Weihnachten ist ja schon noch weit weg oder so weit ist es gar nicht mehr weg also vier Monate ähm circa vier Monate vier Tage habe ich mir gedacht ja okay das heißt wir wir sind ja gerade dabei ein Pack zu entwickeln für den für 1, 7, 10 so das ist mir so eingefallen Moment mal also bis bis Weihnachten werden wir es nicht schaffen bis dann also ich sage mal spätestens Zeitpunkt ist zwar Weihnachten aber nicht 18 sondern äh oder 17 sondern 18 also ein Jahr später so dann habe ich mir gedacht so 1, 7, 10 zu machen wäre eigentlich dann schon ziemlich blöd weil dann ist das 1, 7, 10 nämlich so veraltet dass dann jeder sagt das kannst du selber anschauen ich nicht das stimmt wohl und dann habe ich gesagt okay dann machen wir es doch ganz einfach so da werde ich mich ähm hoffentlich mit Dream mal zusammensetzen und dann werden wir uns mal ein eigenes Pack für 1 also 1, 8 plus oder 1, 10 oder wie auch immer wie es heißen mag äh überlegen und dann mal da anfangen und das heißt äh wie nennt es 1, x genau 1, x 1, 7 1, 7, 10 plus nee 1, x das ist ja auf jeden Fall ja 1, 2 ist auch 1 Minecraft weil Minecraft 2 wird es noch nicht geben vielleicht wir schaffen das auch noch dass wir zu langsam sind ja äh scheiße jetzt brauche ich noch Motoren oder was so auf jeden Fall wird sich halt ein Glacial Epoch nicht mehr an die Alten oder an die oder wie es auch immer heißen mag kann auch GTA New Horizon 2 heißen oder ähm Katze schaut auf Hund oder so keine Ahnung ja und dann äh werden wir da dran was entwickeln und weiter bauen ja dann werden sozusagen die Communities zusammenarbeiten von Dream hoffe ich und unsere ich will aber nicht mehr Dream spielen könnte man jetzt so vorstellen dass da irgendwelche kinderlichen Keinen kommen man kennt ja die Leute ja er hat mich geärgert der redet böses Zeug über mich so lässt du dich eigentlich die ganze Zeit von einem unsichtbaren Monster hinter dir schlagen ja weiß ich auch nicht weil ich es nicht gesehen habe Hausformatow das blubbert hab ich doch sehr gut nein also das natürlich wenn man jetzt natürlich jemand wie dü mit bei hat dann hat man ja auch schon mal sagen wir mal ein bisschen Backgroundwissen oder größeres Backgroundwissen noch ja von Packerstellung und Questerstellung und ach und was nicht alles ja und vor allem wir wissen ja nicht was wir noch schreiben müssen dann für 1.8 weil das ist ja das äh Schlimmere weil einige Mods einige Mods werden weiterentwickelt einige Mods werden nicht weiterentwickelt ob wir dann sozusagen die Herrschaft über einige Mods an uns reißen werden ja wie zum Beispiel das Questbuch was ich ganz geil finde dass wir das vielleicht dann auf 1.8 konvertieren und 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 alter 1 plus 1 ex 1 ex Entschuldigung ja also ne das ist halt das was halt bei mir im Kopf gerade rumspuckt so ähm ihr habt den Raum schon gesehen also momentan äh hier soll dann irgendwie ähm nochmal Aufzug hin da muss ich boah schnell aber was auf äh überlegen auflegen hier habe ich ein Treppenhaus reingebaut das habt ihr die ganze Zeit gesehen indem ich hier runtergeratzt bin äh kann sein dass ich jetzt noch ein wenig Ende dass da noch so ein so ein Zwischenstritt reinkommt äh dass es nicht einfach nur eine lange Treppe nach unten wird äh ich will ein AE System haben ey ich hab keinen Bock hier ständig hin und her laufen ja ich weiß ich meinst du dass ich gerade da Baby das zu machen was ich gerade mache ich möchte nämlich als nächstes in meinen in nächsten Folge weil in dieser Folge wir es nicht mehr schaffen versuchen einen Reihenraum fertig zu kriegen und wenn der Reihenraum fertig ist können wir Chipsätze herstellen und wenn wir Chipsätze herstellen können baue ich Project Red auf und zwar ziemlich groß dass dieses gesamte Lager und dieses Haus auch verbunden sind und miteinander ja ach so aber ja da muss man auch das Autocrafting aufbauen bitte ok das kenne ich noch nicht aber das werden wir schon kennenlernen also ja aber das ist echt unglaublich ey du musst ja du rennst dich ja tot hier ne ja ich ich kann ich kann mal mit euch Moment Statistik äh ich bin mittlerweile hier in diesem Pack 1535 Kilometer gelaufen ja also wirst du dich die ganze Zeit wundern ne ich bereite hier schon Sachen vor für äh für die Biomasse da müssen wir jetzt anfangen Biomasse ja Biomasse du weißt schon dass das Forestry ist ne ja Gott auch noch ein Motor weil das muss ja da draußen in dieses komische grüne Ding da ja aber ich brauche ja erstmal Motoren und Pistons und ja so auf jeden Fall so wir haben hier einmal dann den Raum also kann ich nochmal nach unten gehen Gott als der Klärwehr spielen wir haben also wie gesagt irgendwann brauche ich noch vom Rotschneider hier mal einen Stromanschluss vielleicht kriegen wir den irgendwann da kann auch die Maschine länger benutzen also ich brauche wieso was brauchst du denn da unten noch für einen Stromanschluss bis jetzt haben wir gar keinen bis jetzt renne ich hin und her und tausche Batterien aus so warte wo 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 ach da hin ja was hast du denn da dran das ist ein MV Battery Buffer ja dann musst du da noch ein HV Dings ran bauen erstmal HV Transformer ja mach mal MV HV bitte nicht weil sonst macht's Bom nee wir brauchen ein HV Transformer wir haben doch hier hochkonvertiert auf wir haben doch hier hochkonvertiert auf HV ja aber trotzdem ist ein MV auf HV ja für Strecke weil HV ist EV oder IV oder MUV oder LUV oder Scheiß drauf ich kann ihn wieder nicht schlagen doch kannst du hier geht das cool komm her Backpfeifen klug Scheißer ich hab hier Lifestyle drauf ich hab mir gerade meine Herzen wieder geholt das hat mir ein halbes Herz geklaut oh jetzt waren es zweieinhalb ich bin wieder voll so nein ich komm hier mit dem HV Kabel an das heißt hier ne hier ja jetzt ein Transformer müsste oben noch drin liegen glaube ich ja ein MV Transformer ok klug Scheißer scheiß scheiß immer klug hast was hast du hast du den hier dann schon auch mal angeschlossen und so hier nö ne da brauch ich auch Strom von dir ja der liegt doch hier äh brauchen wir auch einen Battery Buffer ne MV aber reicht ein kleiner ne äh ja 3 äh 4er ne gibt es einen 4er ja müssen wir mal schauen ob ich glaube ich habe einen 4er oben sind das hier Carpenters ne das ist ja merkt man aber bei Carpenters ist ein glatterer Übergang hier hast du noch wieder diese Treppen ja nicht mehr egal kannst du ja irgendwann austauschen ja ach so dann brauchen wir aber bei ich sag mal EU kriegen wir ganz schnell einen RF richtig das ist ja gar kein Problem ja oder beziehungsweise ich kann eine RF-Maschine einem EU-Kabel anschließen so ja hallo ich geh jetzt hier nicht mehr hin so ich geh jetzt runter mit mir am Arsch hey wer denn gesagt ihr sollt mitkommen blödenhasen ja der hat mich was kaputt gemacht ne die nerven einfach nur ich komme hier oben rein und alles voll ja wir müssen auch demnächst mal diesen Store-Teiler bauen wir haben ja kein Glück mit unseren Lootbacks wie andere ne der Pfeil steckt bei dir gerade drei Stockwerke über dir drin macht nix aber Lifestealing ist cool ich hau mit dem Schwert drauf was ich nämlich mitgekriegt habe wenn man Lifesteal auf dem Bogen hat kann man den sich schenken weil der bringt nix aber wenn man es auf dem Schwert hat kann man den Monstern sozusagen die Herzen wieder wegnehmen jetzt weiß ich was ich wollte ich wollte polarisierte Eisensticks machen so das heißt Leute ich muss dann erst mal das Zeug da unten anschließen waschneider produziert er schon mal vor dann muss ich das machen Kabel habe ich noch eine Tasche Medium Voltage Transformer den brauchen wir auf jeden Fall das in die Kiste das in die Kiste das muss weg ich hasse diese meinst du denn da reicht ein HV oder wollen wir hier auch noch ein Zwischenbauen ein ich baue erstmal so dass da ein Zwischen kommen könnte würde theoretisch ähm habe ich jetzt nur große das war natürlich scheiße aber ich glaube da drüben war doch auch noch einer aber ich weiß nicht ob das im LV oder im V war achte und einen habe ich noch nein komm wieder zurück komm zurück also ich würde da erstmal gar kein Betrachter was schon da ne da machen wir erstmal gar kein Zwischen den können wir sie mir noch nicht so leisten ich glaube ich nicht was HV ne HV können wir uns wirklich nicht leisten Sarkasmus oder ne nicht Sarkasmus wir haben momentan noch keinen Strom das ist das Problem darum versuche ich gerade den Strom wieder langsam zum Laufen zu kriegen das so aber das ist ja nicht schlimm da kommen wir ja nachher kann man ja nachher immer noch einen äh Battery Buffer zwischenbauen ja aber HV braucht ja nicht so viel aber wir hätten halt nochmal eine Stromspeicherung da hast du recht alter die stehen alle auf den Dächern das hat ja nicht mehr ganz sauber Suizid gefährdet oder ist ein linker Autonome aus Hamburg so der ist tot da habe ich vorbeigeschossen so juhu ich habe wieder ein Modifier frei so da da musst du dann hin und dann den von hier aus so das heißt jetzt super jetzt fährt der Roladen ja MV Maschinenhall also du hast gesagt ein Vierer ne ja ähm MV Kabel Kupfer Kabel ähm Koppercable hätte ich achtfach eins da heißt hier dann pflücke ich das mal also mir wurde gesagt den 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 Unpacker braucht man nicht also ja für die Leute die äh sehr viel Material haben brauchen den nicht ich brauche den aber im nächsten Version kann ich den auch äh zerlegen mit dem Pulverizer der Unpacker der Unpacker war der hier ja ich hoffe der produziert hier nachher auch das richtige Öl ja wie gesagt ich lasse dann auch gleich den äh die richtigen Tanks laufen ein Heavy ich hab auf jeden Fall für ähm Schweröl hätte ich einen und für äh normales Öl hätte ich einen so oh meine weißt du was da schön ist meine Freundin backt mir gerade frische Scones was backt die Scones heißen die Dinger die sind so kleine 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 Küchen mit Mürbeteil die schneidest du dann auf und dann gibt's so eine Clotted Cream heißt das das ist eigentlich pures Fett ähm jetzt brauche ich keine deutsche Küche mehr oder wat Marmelade drauf die sind voll lecker voll lecker ist das voll voll lecker da wird mir schon schlecht wenn ich nur dran denke das ist voll lecker also es ist nix 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 für nix für voll schlanke ähm Frau Schneider ich bräuchte von dir bitte nochmal einen ähm Transformer wo haben wir noch einen ja oben in der Kiste ich glaube mein Wirecut ist oder hab ich mal einen Wirecut ne da ist er äh oben in der Kiste hier stehen ja nur ein 2 aber ich denke ja du weißt in welcher hier ist ein LV Transformer noch drin ist denn auch noch zwei MV drin ne ich weiß nicht in welcher da nicht da hinten in dieser Kiste wo wir immer die ganze Zeit die Maschinen drin haben Medium Voltage Transformer einer reicht einer reicht einen habe ich dabei einen hast du bei okay äh und MV Batterien brauchen wir noch eine die sollte ich mal holen und wo ja ja die hole ich mir unten passt schon ach so okay ja den brauchen wir nämlich dann da hinten genau weil den einen habe ich jetzt dahin gebaut weil wir müssen ja runter weil das ist ja höchstens MV ja es hat noch nicht Puppen gemacht Kabel hat es gesagt hast dabei hast du eine Lädte Copper Cable dabei vierfach ach so ich hätte jetzt noch ich hätte die direkt angeschlossen ach so deswegen hatte ich das ohne Kabel warum soll da noch ein Kabel zwischen ja okay dann muss ich jetzt schauen dass ich das hinkriege abbauen naja na nein es geht ja wohl was anders was ich hinkriegen muss ohne dass da was Bumm macht ne nebenbei ach so dann müssen wir jetzt den Battery Buffer hingestellt nach rechts ausrichten so das heißt jetzt ich muss jetzt erstmal den Transformer nehmen und den Transformer so hinstellen jawohl die Steckdose ist oben passt so und jetzt muss ich den Battery Buffer so hinstellen dass ich da drauf gucke ja müsste eigentlich auch passen ne Batterie rein so das heißt jetzt wir brauchen ähm ich brauch den Hedge du musst jetzt mal reingucken nochmal ähm das pipe is losing all drill rig screws are missing das da habe ich noch Soldering Iron dabei jawohl hab ich da geht burn out müsste jetzt verschwinden nö 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 okay ich muss schnell mal äh bisschen mein Soldering Iron laden oh mein god ich hoffe dass ich von unten an die Battery Buffer rankommen na komm ach so du kannst nichts laden wenn keine Batterien drin sind oder ja Batterien sind schon drin aber sieh nicht voll äh ich renne die ganze Zeit damit ihr auch mal seht ich kann nachher hier schön nachher hier oben die Leitung hochlegen an den Supertank und hoffen dass das ja das muss man dann so aufbauen dass es halt jedes Öl sein kann ja es funktioniert ja nicht mit den Pipes so und auch nicht wenn da ein bisschen was drinne bleibt im sowieso aber mit dem Supertank funktioniert es ja aber aber wenn du Light Fuel machst dann ähm und du hast also hier Light Oil förderst ist das ein anderer Prozessweg als wenn du äh Heavy Oil hast klar das ist das Problem so dann warte ich mal schnell ab bis ich wenigstens 10.000 EU drin hab dann dass wir wenigstens das Ding zum Laufen kriegen ja ach so ich kann auch in der Zeit können wir doch den anderen anschließen ja wie gesagt Steckdose Richtung Kabel ja sonst macht's bumm äh ich hab doch irgendwo ein Wire Cutter naja bei mir sind fast die ganzen Werkzeuge kaputt so äh wie doch danke dann bitte da hin dann bitte so hin bei mir ist jetzt das gesamte Kabel klein geworden das schaut jetzt witzig aus wo ist jetzt die Frage hey cool schau mal schau mal zeig dir mal was nimm mal nimm mal das Soldering in die Hand und schau mal aufs Kabel oder auf die Pipes wenn du das Soldering Iron in der Hand hast ah ok kleines Kabel was ist das denn keine Ahnung gib mir es mal wieder achso damit man verschleicht damit man dann sieht ob die Anschlüsse richtig sind ohne das alles abbauen zu müssen das ist das ist das finde ich so süß minikabel also eigentlich sollte es da hinten auch schon fertig angeschlossen sein so ich gucke ich gucke äh circuit burnt ja genau jetzt fehlen noch screws screwdriver die zwei haben wir müssten noch fehlen glaube ich oder das oder der ding ne einfach noch ein screwdriver wir haben wir müssen noch fehlen der hat sie auch verbrauchte hammer den hammer brauche ich nicht dann brauche ich noch einen schraubendreher müsste jetzt zu brauchen genau der fehlt noch jetzt muss ich auch schon mal rausfinden wo der ist da und ja restart the machine it doesn't start hä ja du musst jetzt da schon mit dem Gommi hammer drauf hauen ne missing mining pipes achso mining pipes sind oben der der wo sind denn oben ja in der selben Kiste wo du gerade äh schon was gefunden hast so ich bin mal nicht in die wand gebackt so leute aber die folge ist leider schon rum das heißt wir werden beim rohschneider das ding in betrieb nehmen was ich komme ich will ihn schon laufen lassen ok ok so lang warte ich jetzt noch 3 sekunden ja ok laufen lassen weiß ich nicht weil der muss ja erstmal nach unten graben ich bin jetzt auf höhe 59 das heißt 64 stück reichen ok ich hab zwar alle mit los gib Gas ne aber dann kann er ja schon mal runter bohlen so dann sehen wir ja was da als nächstes an Öl rauskommt hast du Gummihammer? nö ok nehm ich meinen nö er hat nicht bumm gemacht er arbeitet running perfect wir könnten deswegen ich wollte ja auch gucken ob hier denn ja hier kommt wird nicht mal Strom verbraucht aus der Batterie und ich schau nochmal schnell ob die anderen geladen werden hüpfen hüpfen schneller hüpfen gut das heißt ich werde dann auch mal alles soweit vorbereiten dass wir auch mal herausfinden was hier in dem chunk drin ist dann heißt es zu mir aber wirklich vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bei rohschneider bis dahin ciao 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 Bis zum nächsten Mal.